Immer wenn ich an den Briefkasten gehe, um die Post zu holen, überlege ich mir, ob ich echt nicht doch ein Kleber an den Briefkasten herstelle, der die Werbung verbietet. Da kommt so viel Werbematerial, wo man den Briefkasten verstopft. Und dann sind immer so Sachen drin, die nichts mit meinem Leben zu tun haben. Ich brauche doch keine neue Matratze, oder ein neues Handy oder ein Fernseher, auch wenn es jetzt gerade besonders günstig wäre. Meistens schaue ich die Werbung gar nicht richtig an und schmeisse sie einfach ins Altpapier. Aber kürzlich ist mir ein Zettel drinnen aufgefallen. Eine Werbung für einen Kurs im Dank Fitness. Zuerst habe ich gemeint, ich hätte mich verlesen und es würde Dank Fitness stehen. Das wäre ich gewohnt gewesen. Ab einem bestimmten Alter bekommt man so Werbung, die einem helfen will, das Gedächtnis zu trainieren. Oder nehmen nicht so schnell zu vergessen. Dank Fitness ist sicher etwas Gutes und Hilfreiches, aber so habe ich mindestens gedacht, noch nichts für mich. Aber beim genaueren Hinschauen habe ich festgestellt, dass hier tatsächlich Dank Fitness steht. Ich habe mich also beim ersten Mal nicht vertan. Das Wort habe ich noch nie gehört und auch noch nie Werbung dafür bekommen. Dank Fitness. Was ist das eigentlich damit gemeint? Das habe ich mich gefragt. Beim Durchlesen des Flyers habe ich aber schnell gemerkt, da hat sich einer vertippt und es hätte tatsächlich Dank Fitness stehen sollen. Der Prospekt lädt ein zu einem Gedächtnis-Seminar, das nur ein paar Hundert Franken kostet. Der Zettel ist im Altpapier gelandet. Aber der Gedanke vom Dank Fitness ist mir im Kopf geblieben. Wie fit bin ich im Dank sagen? Könnte oder müsste ich vielleicht auch tatsächlich eine Weiterbildung oder ein Seminar besuchen? Wenn wir auf Besuch sind, dann sage ich meistens der Gastgeberin oder dem Gastgeber Danke vielmals für das Essen. Aber wenn meine Frau oder meine Tochter kochen, dann vergesse ich das in der Regel. Wenn mir in einem Laden etwas runterkommt und mir jemand das auflässt, dann sage ich auch Danke vielmals. Aber in Wohnung gehe ich davon aus, dass das Zettel, Büroklammern oder Nägelchen, wo man runterkommt, schon jemand wird auflesen. Und dann muss ich auch nicht Danke sagen. Ich glaube, so gut bin ich noch nicht in der Dank Fitness. Da würde ich mich gerne noch für eine Weiterbildung oder einen Kurs anmelden. Oder noch besser. Ich glaube, ich fange gerade damit an. Danke, dass du meinen Gedanken zugehört hast. Ich wünsche dir einen guten Tag.